Berlin ist doch auch eine große deutsche Airline. Air Berlin suckt hart. Für Inlandflüge finde ich Air Berlin super, mit denen bin ich schon häufig geflogen und bin sehr zufrieden. Ja, Inlands geht klar, das stimmt. Ist auch kostenloser zu trinken und so, das ist okay. Vor allen Dingen, wenn du dann fast sieben Stunden so eine etwas ältere Dame hinter dir sitzen hast, die sich mit Touchscreens nicht auskennt und meint mit ihren fettigen Fingern darauf rumpatschen und drücken zu müssen. Heißt, wenn du schlafen willst, du ständig da dieses Klopfe von hinten hast und wenn die aufsteht, um ihre alte Rentnerblase zu entleeren, sich an deinem Sitz abstützt, dich nach hinten zieht und wenn die loslässt, du noch so nach vorne feders, wo ich mir denke so, Alter, ey, die hat mich so fettig gemacht, die Alte. Das Geile ist gewesen, als wir losgeflogen sind, habe ich mich umgedreht und habe ganz nett, habe zu der nett gesagt, ähm, so, ja, Vorsicht, ich mache jetzt meinen Sitz nach hinten, weil ich weiß ja, wie eng das wird bei Air Berlin. Und habe so ganz vorsichtig und dann sagt die Originalton zu mir, ja, aber wenn das Essen kommt, machen sie den gefälligst wieder nach vorne. Gefälligst? Ja, sie hat das Wort gefälligst benutzt, wo ich mir dachte, ey, wir haben jetzt, Mädchen, wir haben jetzt sieben Stunden vor uns, du willst dich doch nicht jetzt schon mit mir anlegen, weißt du? Alter, es gibt Menschen auf diesem Planeten, ey. Vor allen Dingen, dass dich Geräusche stören von jemandem, der ein Touchpad benutzt, wie hat die denn das braucht? Nein, nicht Geräusche, nicht Geräusche, sondern die hat da einfach so feste drauf rumgedrückt, dass mein Sitz die ganze Zeit gewippt hat. Ach so! Du brauchst es halt nur voll leicht da drauf drücken, es war halt wie so ein iPad, das Ding, aber nein, die patschte halt volle Möhre drauf rum. Alter. Aber Hadi, richtig cool, du hast halt die alte Dame ja hinter dir sitzen, ich, als wir aus L.A. zurückgeflogen sind, hatte ich so eine alte Dame vor mir sitzen, das wiederum ist vorzüglich, weil die Dame war zu blöd, um den Sitz nach hinten zu stellen, das war schon mal geil. Ja, bei mir auch, ich hatte einen etwas Jüngeren da, der glaube ich zum ersten Mal geflogen ist, weil sein Kumpel neben ihm sich fast eingeschifft hat bei der Landung. Der Typ war bestimmt irgendwie 22 und hat sein Gesicht in einer Kuscheldecke vergraben, als wir gelandet sind, und hat nervös an seinen Fingernägeln rumgepult. Und der Typ, die waren beide zu dämlich, den Sitz nach hinten zu machen, also da muss ich sagen, hatte ich auch ein bisschen Glück. Und die hat es auch geschafft, am Anfang ihren Bildschirm auf Chinesisch zu stellen und hat dann irgendwie ungefähr, ich sag mal so sechs Stunden des Fluges damit verbracht, sinnlos alle Knöpfe zu drücken, um den Bildschirm dann irgendwann umzustellen, bis sie auf die Idee kam, den Knopf in der Armlehne zu drücken für den Stuart. Ja, solche Leute sind echt das Geilste. Das war richtig cool, ja. Das war ein sehr angenehmer Rückflug, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis auf die Tatsache, dass das gewackelt hat wie Sau, weil es stürmisch war, aber abgesehen davon war es sehr angenehm. War auch dein Gesicht in der Kuscheldecke versteckt. Nee, er erinnert nicht. Also ganz ehrlich, so eine krasse Pussy bin ich dann auch nicht. Nee, also der Typ war echt eine richtig krasse Pussy, das hast du dem aber auch schon angesehen. Aber finde ich... Ich hab ein Kuscheldecke als Schnuffi, ja. Der schützt mich. Aber was immer ein ganz guter Trick ist, weil die ganzen Leute bei Twitter immer geschrieben haben, ja, die freut dich schon mal auf den Zoll. Ja, also meistens, das Beste ist immer ein müdes Gesicht machen, gähnen und einfach durchgehen. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich nicht darüber eingekauft habe, muss ich mal kurz dazu anmerken. Hast du dir sonst auch keine Schuhe oder sowas geholt? Nein, nein, hab ich nicht. Natürlich nicht. Nein, ich hab mir weiße Converse geholt. Aber die haben nur 30 Dollar gekostet. Nee, nicht ganz. 29,99. Du warst auf jeden Fall drüber, oder? Ich... Nein, ich war nicht drüber. Das hat sich alles gerechnet. Ich hab auch sonst nichts mehr gekauft. Ich war drunter, hallo, das ist jetzt kein Eingeschnittnis hier, ja? Also, entschuldige mal bitte. Oh Mann, Alter, Konsummensch. Ey, okay, ich hab's geschafft. Hallo, wenn man schon einmal da ist und der Dollar-Kurs grad so mega vorzüglich scheiße ist, dann muss man... Ist der gerade vorzüglich? Nein, Mann, 122 Dollar sind 110 Euro oder sowas. Der ist richtig beschissen. Ja, Mann, erstmal die Chancen nutzen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann haben wir ja noch selber Fehler. Jawoll! Alter, was war das denn? Okay, das war gar nicht so schlecht. Alter! Das war echt geiler Bock. Das war eben... Das war eben... Das war eben... Wie... ...Verteien hier. Ja, sag's uns. Oh!